Guten Abend zusammen, willkommen zu Patch Bay Extended. Das bedeutet, das sind Synthesizer-Spieler, die sich so in loser Folge einmal im Monat oder einmal im halben Jahr treffen, um die neuesten Errungenschaften miteinander auszutauschen und das sind Teilnehmer vom Seminar Familienschaltung, das ich gerade hier veranstalte, Studenten, die mit Schaltkreisen experimentieren und wir haben uns zusammengeschlossen, um unter dem Titel The Edge of Control was für ihre Uhren zu produzieren. Die Idee ist, wir spielen eine Stunde lang, wir spielen aber nicht nur, sondern wir spielen auch nach Partitur. Die Partitur haben Sie draußen schon an der Tür gesehen. Wir haben ein ganz genaues System, das regelt, wer wann was tut. Und dann gibt es die Edge of Control, die regelt, dass wir nicht genau das tun werden, wahrscheinlich. Ich versuche möglichst lange zu reden, weil es fehlt noch eine Teilnehmerin, die gerade angerufen wurde, ob sie denn käme. Und dann haben wir noch die Julia Scheer, die mit uns performen wird, mit Stimme, auch und Partitur. Und Soundkarte. Analoger Soundkarte. Und jetzt kommt auch schon die Zeschi, sodass wir fertig sind zum Abflug. Viel Vergnügen. Applaus 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 Okay, so we could start. Okay, so we could start. We could start. Okay, so 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 we could start. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020